Hör mal, Leo. Ich habe das Gefühl, dass du in letzter Zeit ein bisschen zu viele Joints rauchst. Wirklich? Ich kann mich nicht erinnern. Tja, gestern zum Beispiel, da sollten wir mal links großes Teleskop streichen. Du warst in der Ecke gestanden und hast deinen eigenen Urin getrunken. Und die Farbe? Worauf wartest du, Buddel? Ich hab keine Beine, du Hurensohn. Oh ja, natürlich. Hatte ich vergessen. So, Leo. Heute haben wir als erstes wie man Löcher in Noten bort. Oh wow, ich liebe Noten. Hallo Bob, ich bin Robo- Tony Grace's Grab. 3000 der unter epileptischen Anfällen leitende Bau-Roboter, ich bin aufgeladen. Das ist nicht lustig. Wenn du willst, kannst du gerne wieder zurück in die Säureminen. Äh, geht klar, Bob. Sehr gut.